Leider haben die Briten entschieden, die Europäische Union zu verlassen. Ich sage leider, weil das kommt mit viel Verlust. Zum Ersten für die Briten selber, aber auch für die anderen Europäer. Wir verlieren mit den Briten ein guter Bundgenosse und auch das britische Volk ist uns sehr nah. Aber das Projekt Europa geht weiter. Europa muss auch weitergehen, weil es ist ein wichtiges, ein historisches Projekt, was schon sehr viel Frieden, Wachstum und Wohlstand gebracht hat. Und das soll es auch weiterbringen. Leider aber dann ohne die Briten, die dann jetzt in die zweite Liga spielen.